Manch einer hat vielleicht Breslau als Touristenstadt nicht auf dem Schirm. Doch das ist ein Fehler. Man sieht hier die Breslauer Stadtmusikanten. Das ist der kleine Florian. Und ich muss ihn, hier steht hier, anfassen, um Glück zu haben. Riesen-Legoladen hier in Breslau. Doch, er öffnet erst. Das ist aber nicht geplant. Schnell weg. Hier sieht man es eindeutig. Noch 314 Tage. Dann beginnt die Europameisterschaft 2012. Unter anderem in Breslau. Mein Polnisch reicht aus, um das zu übersetzen. Mama und ich. Wir verabschieden uns jetzt hier aus Breslau, aus Bratzlau. Wir verabschieden uns jetzt aus Bratzlau, aus Breslau. Das war's. Meine kleinen Freunde und ich, wir gehen jetzt. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020